Also das kann auch Sinn, ich habe ein Video noch. Ne, aber irgendwie ganz komisch. Ich sitze jetzt plötzlich um den Gaul. Wird schon werden. So, jetzt geht es weiter. Hier ist Eskalation. Kann ich ja immer mit Video aufnehmen und streamen. Jo. Boah, nee. Die Einen sitzt zum Sessel und die Einer rennt um den Sessel rum und die schlagen gegenseitig. Das ist schon alt, oder? Mit zwei Karten. Sprich, ich bin mit Tu oder John. Ah, also das ist doch Video. Ich habe ein Video. Okay. Hm, ich auch. Und Music. Muss ich denn mit der Verkloppen mit der, äh, äh. Stimmt, das ist der, wo wir mal verkloppt haben, gell? Ich glaube ja auch. Die Gitarre hat er auf jeden Fall wieder repariert. Single-Connor. Single-Connor. Weil ich ja nicht so der Plus-Fan bin. Okay. Stehe nicht wieder in der Pampa. Ich stehe in der jetzt. Ah, nee. Wir sind auch da. Ja. Ah, Fessle. Fessle. Ich habe gedacht, äh, ich bin allein. Fessle. Fessle. Oh, scheiße. Was habe ich noch gemacht? Ist ja nicht. Oh. Oh, okay. Ich habe eine Schlägerei. Bring die Blumenwarte schon zu einem seiner Verstecke. Das mal wieder geblendet. So. Wo sind wir? So, hier läuft noch irgendwas Rotes rum. Ja, den, der, na. Hä, das ist heute der, den du gefesselt hast, Pascal. Hm, nee. Ah. Achso. So, woran? Wenn auch schon du gefesselt, Pascal. Äh, du bist ja einer, der überhauert. So, äh, wir sollen zu einem seiner Versteckung. Links? Oder? Das ist mir egal, welches. Soll ich was markieren, ey? Ja, wie du willst. Ich, ich rate dir einfach nur. Das ist wahrscheinlich nur die beste Idee, aber... Oh, das ist eine gute Idee. Aber... Ja. Bestimmt über die Brücke, genau, oder? Würde ich mal sagen. Über die, über die Eisenbahnbrücke, oder? Also... Ich gucke mal auf die Karte. Pfff. Ah, nee, toll. Ich mache Markierung. Na. Ans O von Limoyne. Warum nicht gleich so? Jo. Oh, ich darf den hauen. Klatsch. Eines in die Fresse. Ich sehe nichts. Ja, ich fasse gar nicht mehr Bläh, deswegen ist das schon wieder so nübbelig hier. Oh, genau. Entschuldigung. Also, das war das Zweite. Ich sehe es. Ich markiere neu. Ah, das war nicht so weit. Markierung steht. Na, will ich das? Das da oben, ne? Okay. Ja, aber ich glaube, da reiht sich querfeld ein. Ich mache wieder über die... Über die Wäsch. ... die ganze Bebenstammung finde. Oh, da waren zwei Krokodile drin. Ach, nee. Ich sehe nichts. Nee. Oh, da sah ein Krokodil. Nee, das war kein Krokodil. Fange Bluewater John, bevor er entkommt. Er hat sich losgemacht, oder? Äh, keine Ahnung. Ist der noch unten drauf bei euch? Na, ich bin eh... Der steht da? Nee, der ist noch auf meinem Gaul. Aber da ich... Aber hier ist er immer noch... Ja, weil ich vom Gaul gefallen bin, weil dann Krokodil war. Keine Panik. Gott. Sorry. Meine Güte, ich sehe nicht, und das ist schon wieder verdammt neblig. Ah, hier ist schon wieder so. Oh, jetzt hat mein Scheiß fertig. Ah, hier ist ein Lager. Glaub ich. Das ist ein blödes Vieh, ne? Und? So war nicht. Das ist auch nicht. Nee, genau. Das ist bestimmt die letzte. Ja, hundertprozentig. Das ist auf der ganz anderen Seite. So, welcher habe ich denn jetzt markiert? Das ist wo am... Oh, was ist das da? Was denn? Mein Pferd ist gerade gestürzt. Sehr schön. Oh, könnt ruhig mal wieder heller gehen. Ich zieh ihn echt nix. Ne, ich war nicht. Aber ich war, glaube ich, nicht die beste Idee. Wenn ich dann schnell rauskomme, dann surft er mir ab. Der wehrt sich auch auf jeden Fall schon mal ganz schön. Ich glaube, das war relativ knapp. Hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Das könnte richtig sein. Nee. Oh, nee, 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 nee. Puh, das war knapp. Fast schon ein Krokodil gefresschen. Oh, ich, äh, da war auch direkt eins. Ich bin, glaube ich, irgendwie ganz weit weg. Ne, da war sie auch nicht. Ne, der mag hier ist nur, ja. Äh. Oh, da ist aber schon... Ne, sie ist schon da, ja? Ja, ich bin... Ich hatte euch irgendwie verloren unterwegs. Und dann dachte ich mir, ich gehe jetzt einfach zu einem von den Weinen. Beledigen, ich bin zu weit weg. Na, du warst doch bei mir? Ja, ich hab den... Ja, ich bin abgeworfen, kennen wir den Krokodil. Ja, ich bin gerade auch vom Krokodil. So. Also, die kenne ich noch nicht. Das finde ich schon mal ganz gut. Aber die ist schon ein bisschen, äh, aufwendig. So, hinter mir sind ein paar Heer. Ja. Oh, Rang 258. Nee. So, wo sind wir? Ist schon durch, ist er. Jetzt müssen wir wieder woanders sein. Hä, ist es wieder woanders da? Ja. Weil er uns verarscht hat. Ja, ganz weit. So, mach mal eine Markierung. Hab ich. Wir sollten mal in die Wüste, da wird es wenigstens nicht so nebelig. Wie ist er dir? Unser Glück wäre da eine Wüste, Sturm. Oh, ja, wir sind ja erst mal alle gar beisammen. Also, jetzt erzählt er mir was über seine alte Gang. Ich würde jetzt gerne in die Fresse holen. Bildschwein, ne? Ah, jetzt darf ich. So, jetzt hält er die Fresse. Ja, das wird halt in die gelbe Sack rennen. Wer soll in die gelbe Sack rennen? Die Katze wollen in die gelbe Sack gerade. Sie ist gerade totale Eskalation. Weil ich mich jetzt verarsche. Ne, das ist immer richtig so, oder? Ah, ja. Hebe, Plur oder John auch. Genau. Lege ihn ab. Hör mal mit Schwung, bitte. Hm. Ah. Schwer in die Markierung. Na. Jetzt hinkt er schon wieder. Ja. Hm. Oh. Ah, ja, geil. Das war ganz schön knapp. Ja, das hat aber gut ausgesehen. Oh, jetzt, äh. Ah, oh, da kommen einige. Ja. Oh, ich habe... Abschloss. Das war Schlange. Wir tauchen ja wie aus dem Nichts aus hier. Ja, saugut. Ich bin gerade so doof. Ja, geil. Das war gerade cool. So, Club-Lulu waren 16. Gleich haben es abgeschlossen. Ich habe 25. Socke geklaut. Ah, nee. Hau, Gumi. Oh, 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 oh. Oh, guck mal, da kommt noch einer. Oh, guck mal, da kommt noch einer. Hey. Sag mal. Wie viel Schuss hält den da aus. Den habe ich jetzt echt dreimal gewonnen. Nach, ich will noch nie auf dem Pferd rief. Ah, auf meinem Pferd. Oh, die Hüüüüüüüüüüü. Äh, da wollte ich nicht drauf. Oh, wo ist das Gelb? Äh, wo ist es denn? Na, da wo die Markierung ist. Wer wird es gar nicht angezeigt? Ach, da hin, aber ich geinterest. ich bin wo es ist also irgendwie durchs wasser oder ist gefährlich weil ich mag ihre domo das ist oder das ist mitte im wasser auf einer kleinen insel wieso ich werden gesagt dass ich das holle gehen soll ich das holle gehen oder was mehr womit natürlich auch boot oder aber jetzt kann ich abgeworfen scheiße ich bin echt abgeworfen rotos auch wenn es überall welche ja scheiße nein nein schnell aus dem wasser und muss einer welt suchen das ist doch kein boot was denn aber es wird angeknabbert oh ja ich war so quasi ich trottel bin grad durchs wasser so ne ich hand sie schon fast fast so wie prierts ganz viel kurz vor dem ziel gehen ich bestimmt ges oh gotts hilfe also ich hand sie wenn ich dann immer so schön in panik ok jetzt mal wieder hier raus ja ich bin jetzt auf die andere seite ich hoffe ich war leeres wir schon sehen also hier kommen immer mikro aus auf jeden fall ja das war nicht nur eins warum bin ich jetzt also ich weiß ja nicht also fast ich bin aus dem ding draus wir warten mal hier auf dich hast du fragen wo denn bist du auf der falsche halt raus ich bin da ich bin der markierung auch noch ja er ist auf der falsche halt raus naja scheiße das war einmal um den see reiten was ist denn hier so viel licht was ist denn das hier ach so ok das ist das leider war schon irgendwie mehr hier jetzt ist mal pascal finden ich bin doch jetzt auf dem weg ich warte dann auf euch naja du bist auf der ganz andere seite wie mir ich glaube du hast eine jahr zu uns mit der tasche kürzester weg weil ich direkt an land war wie wäre es wenn wir uns einfach beim ziel treffen also ich bin auf jeden fall auf dem weg auf dem gelber na am ziel bin ich schon fast bis jetzt verfolgt mich auch keiner ist ziemlich ruhig oje wandere ich hier ab geil jason ich hier ist gemetzel mit der katze die gehen hoch finde ich gut die machen das genau die machen das genau richtig ok das ist auf jeden fall ein gutes stück weg noch ok wo bin ich denn hier naja keine ruhe oh was ist das da oh scheiße oh naja jetzt geh nicht gesucht naja du hast ja also wie kann man denn in der in dem ort da jetzt rente ane machen also echt mal naja da war ein dingsbums äh ein dingsbums äh kopfgeldjäger und der hat mich doch gesehen dort wo ich hab mir's abgehen da sind wir doch irgendwie immer weg scheiße also du mir nenn oh ne wie ihr net warte bis dein trupp die gesetzeshüter abgeschüttelt hat genau also ich kann nicht gesucht wo reiht denn jetzt schon wieder hin ey da war ein gesetzeshüter der kennt ihr damit angezeigt oder er muss doch das dings loswerden ja genau da war ein gesetzeshüter gestanden deswegen bin ich anderer weggeritt ja und irgendwie finde ich gerade kein ausweg das kann ich ja nicht schon wieder suchen so jetzt habe ich ja also erinnert er hinter dir her war nicht jetzt schon mal abgesucht wo reiht denn du hin ja so aus dem rote du geiler da muss ich doch erstmal abhängen genau und ich vermute weil dort wo es ziel ist da hat der gesetzeshüter gestanden obwohl ich ja gar nicht gesucht bin ja und du hast da angepöbelt ne der hat mich gesehen ich habe nicht gepöbelt ich bin kein pöbler ne ja ich weiß du und schleiche und so genau das ist jetzt ein problem so muss ich aber aufpassen die sind ja doch noch da die gesetzeshüter also erinnert ich gerade über abgeballert ah ja super wo kann ich hier jetzt schon wieder verloren oh ne da kommst du oh siehst du da stehen sie nämlich überall wo ist ein anderer wäsch irgendwie ach doch ja aber ich da habe ich gerade ein anderer wäsch geholt ich vermute dass das dann zur mission gehört dass die da einfach warte dass wir da eine wäschung suchen wo sie denn jetzt sind aber hier ist eigentlich alles frei ja hier ist jetzt frei ok da vorne sind jetzt wieder welche so jetzt da muss ich nur ingang suchen da ja mach mal ne da ist keiner irgendwie sind hier jetzt plötzlich eine ganze menge zeuge wegen mord ja warum ich war es aber diesmal nicht ich bin jetzt doch in der Mitte ich habe eigentlich auch keiner abgebotert was ist denn jetzt ich kann es dann abgehen doch kann schon der empfänger ist da ja aber es steht unten wieder genau also ich kann es gesucht ja bleib du mal da dann kann ich gesucht aber ich habe eigentlich keiner umgebrungen ist klar genau wie bei mir eben da hast du gesagt das kann ja nicht sinn das warst du naja bei dir trifft das ja auch zu ne trifft es nicht hat es nicht ja ich hänge hier fest ach Junge das ist noch 11,5 minuten ja das aber war das sowieso so je knapper man abgibt umso höher ist die Belohnung oder nicht doch nicht doch nicht ach ja so also ich bin aus dem Bereich raus bin ich schon mal kann ich mir in Ruhe wo sind die zwei am Bode und guck Rona wo sind sie die Treppe hoch fürs Schlafzimmer am Bode und gucke durchs Geländer Rona sehr schön so jetzt kann ich abliefern sehr schön genau also fein gemacht oh 0,30 Gold